Willkommen zurück in Reutlitz, Frau May. Hallo Doktor, dass Sie extra zu meiner Begrüßung gekommen sind. Wird mich geschmeichelt? Oder ist jemand krank? Doktor Strauß ist der neue Direktor. Ein bisschen mehr Respekt wäre, glaube ich, angebracht. Schau an, der Teufel scheißt doch immer wieder auf den dicksten Haufen. Kümmern Sie sich um Frau May. Moment, ich möchte mich gerne noch mit Ihnen unterhalten. Frau May! Unter vier Augen, ich meine vertraulich. Wenn ich halt bitten dürfte.